Die 10 schädlichsten Lebensmittel, die deine Leber zerstören. Es gibt eine Lebensmittelgruppe in ihrer Küche, die mindestens genauso schädlich ist wie Alkohol, Limonade oder Cola, wenn sie sie im Übermaß konsumieren, obwohl sie im Allgemeinen als sehr, sehr gesund gilt und immer von den Fachgesellschaften empfohlen wird. Und um was es sich genau handelt, das klären wir gleich in diesem Video. Schauen wir mal auf die 10 Top-Lebensmittel, die ihre Leber regelrecht zerstören können. Und es ist keine Übertreibung, wenn auch diese Lebensmittel das nicht direkt tun, sondern natürlich schleichend und über die Jahre. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an meinen ersten Patienten erinnern als Medizinstudent. Den vergisst man nie. Der Patient war total gelb, er hatte einen riesengroßen Wasserbauch, er war schwerst leberkrank und es bestand keine Hoffnung mehr für ihn. Und er hat im Prinzip eine leicht stoppbare Erkrankung gehabt, die Fettleber, und die hat sich dann hin zur Leberzirrhose entwickelt. Und als Arzt auf der Intensivstation kamen dann noch viele, viele dieser Patienten dazu. Und es ist natürlich schon traurig, wenn man sieht, dass man eigentlich zu Beginn dieser Erkrankung alles stoppen könnte. Der Lebertod ist nämlich kein schöner und deswegen wollen wir es besser machen. Und es gibt zwei Dinge an der Leber, die wirklich gut und schlecht sind. Einmal, einerseits ist die Leber natürlich ein Organ, das eine sehr, sehr hohe Regenerationsfähigkeit hat. Also die Nierenärzte oder Hautärzte, die würden sich ja die Finger danach abschlecken, wie schnell die Leber regenerieren kann. Allerdings geht es nur bis zum bestimmten Teil. Der Nachteil an der Leber ist, sie ist nämlich sehr, sehr schnell beleidigt. Und irgendwann baut sich die Leber dann bindegewebig um und dann können sie halt nicht mehr auf die Regenerationsfähigkeit der Leber hoffen, wenn sie dann weiter ihren Alkohol trinken oder ihre Fehlernährung weitermachen. Das ist das große Problem. Lebensmittel können auf drei Wege die Leber schädigen. Einmal natürlich, wenn sie Toxine drinnen haben oder wenn sie als Toxin wirken, dann ist das Entgiftungssystem der Leber überfordert. Das zweite ist, wenn die Leberzellen direkt geschädigt werden, dann gehen die Zellen kaputt. Auch Medikamente können das tun. Dort sind ja im Prinzip die Leberenzyme enthalten, die Leberwerte, die wir messen. Und dann sagt der Arzt, hohe Leberwerte, Leberzellen sind schon zugrunde gegangen. Oder es kann eben so ein Zellumbau stattfinden. Das heißt, die Leber speichert den Zucker, den wir aufnehmen, dann als Fett ein, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen. Und 30 bis 40 Prozent global betrachtet aller Menschen haben so eine Fettleber. Und die kann sich dann eben zur Leberzirrhose entwickeln. Und das Fatale ist, dass eben auch schlanke Menschen so eine Leberzirrhose entwickeln können. Und ein großes Problem ist der Fruchtzucker. Wussten Sie, dass die enthaltene Fruktose in Smoothies oder Fruchtsäften mit das Schlimmste ist, was es für die Leber gibt? Das Problem ist, dass die Fruktose die Fettherstellung in der Leber regelrecht ankurbelt. Und dass es einen Unterschied zwischen Fruchtzucker und der normalen Glucose gibt. Es sind zwar beides einfache Zucker, die in vielen Lebensmitteln vorkommen. Aber sie werden im Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Die Glucose kann für viele, viele Stoffwechselvorgänge sehr gut verstoffwechselt werden. Aber die Fruktose kann das eben nicht. Und dann wird sie in der Leber gespeichert. Und die Leber baut sie dann in Fett um. Und wenn die Leber dann mit ungefähr 50 Prozent Fett durchzogen ist, dann sprechen wir von einer waschechten Fettleber. Ähnlich wie die Gänsestopfleber, die Sie vielleicht kennen, die als Delikatesse gilt. Dort werden also die Tiere auch mit sehr, sehr vielen Kohlenhydraten gefüttert. Und das ist der gleiche Effekt. Das Problem ist dann, dass wenn dieser Zustand längere Zeit anhält, dass die Leber sich verstärken will. Und dann baut die Leber Bindegewebe ein. Und irgendwann wird die Leber hart. Und dann baut sie noch mehr Bindegewebe ein. Und dann wird sie knotig. Und dann haben wir im Prinzip die Leberzirrhose mit dem völligen Ausfall und Verlust der Leberfunktion. Jetzt gibt es natürlich den Spruch, dass Obst sehr, sehr gesund ist. Und das stimmt auch. Neueste Studien deuten darauf hin, Was es allerdings einen Unterschied macht, ob ich Fruktose im Sinne eines Stücks Obst esse oder ob ich dann Fruktose-Sirup zu mir nehme. Also hochkonzentrierte Fruktose, wo eben die Vitamine wegfallen, wo die Ballaststoffe des Obst wegfallen. Und da scheint es einen großen Unterschied zu geben. Und hier gibt es ein totales Umdenken in der Medizin. Das Problem ist, wenn wir natürlich sehr, sehr viele Fruchtsäfte zu uns nehmen oder jetzt auch Trockenfrüchte, dann haben wir das Problem, dass wir eine sehr, sehr hohe Fruktose-Konzentration zu uns nehmen. Und damit scheint die Leber sehr, sehr schlecht zurecht zu kommen. Fruktose-reiche Lebensmittel sind ungesunde Nahrungsmittel wie Gebäck, wie Süßigkeiten, wie Limonaden und so weiter. Die Industrie liebt es halt, dass sie diesen High-Fructose-Sirup da reinmacht. Das ist also ein hochkonzentriertes Fruktose-Konzentrat. Hier sehen wir das als Glucose-Fruktose-Sirup. Und das ist im Prinzip der Unterschied zu den Fruchtsorten. Wir haben natürlich auch fruktosereiche Früchte, Trauben, Mangos, Birnen, Kirschen, Datteln, aber auch manche Apfelsorten. Dort wird der Fruktose-Gehalt dann künstlich hochgezüchtet, dass wir diese Apfelsorten dann sehr, sehr gerne konsumieren. Agavendicksaft ist auch so ein großes Problem. Und wie gesagt, Kuchen, Süßigkeiten, Kekse, Brötchen und so weiter. Drehen Sie einfach mal das um. Und wenn Sie es im Supermarkt fertig kaufen, was da für hohe Fruktose-Werte bzw. auch Zuckerwerte draufstehen. Die zweiten Lebensmittel sind gegrillte Fleischwaren. Denn die können krebserregende Stoffe enthalten. Im Allgemeinen haben wir das Problem der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, der PAX. Es gibt auch noch eine zweite Gruppe. Heterozyklische aromatische Amine, HAA abgekürzt. Und das ist das Problem, dass diese über die Darmzellen in den Körper gelangen können. Dass wir eine große Leberaufgabe wieder da in Verbindung haben. Dass Darmkrebs entstehen kann. Dass einfach die Leber über ihr Entgiftungssystem, so wie ich es am Anfang erwähnt habe, dann einfach geschädigt werden kann. Und diese Stoffe, die entstehen beim Grillen. Sie entstehen beim Rösten, beim Braten. Alles, was mit offenen Flammen und so weiter zu tun hat. Und Sie kennen die Menschen auf der Party, die immer das Grillwürstchen das am schwersten ist, essen wollen. Das gibt es einfach. Ich war neulich auf einer Veranstaltung. Dort gab es auch Leute, die haben einfach zum verkohlten Grillwürstchen gegriffen. Also das ist ein riesengroßes Problem. Räuchern Sie sanft, räuchern Sie indirekt, beziehungsweise grillen Sie indirekt. Das ist das große, große Problem. Unterlassen Sie es auch, dass Sie Ihr Grillgut mit Bier ablöschen. Denn dann wird dieser Prozess, diese Packproduktion regelrecht angeschoben. Und wir haben dort mehrere hundert chemische Verbindungen mit einer ähnlichen Grundstruktur. Benzpirin, Benzantrazin und lauter solche Dinge. Und das ist ein riesengroßes Problem, dass einfach auch die Chemikalien, die in Lebensmitteln enthalten sind, sich dann verändern können. Und dass dann diese gefährlichen Stoffe für die Leber entstehen können. Beim Grillen mit Holzkohle entsteht in der äußersten Schicht des Grillguts dann die zehnfache Menge an Benzpirin. Und beim Rösten über Holzfeuer sogar bis zu 200-fach. Und kritisch sind hier einfach die Fleischsorten oder auch die gepökelten Sachen, die Würste und so weiter. Die enthalten Nidrikpökelsalz. Und dort kommen Sie dann in einen anderen chemischen Prozess. Dort entstehen dann die sogenannten Nitrosamine. Also wie gesagt, Grillen. Versuchen Sie möglichst einen Grill zu kaufen, wo Sie indirekt grillen können, damit das Grillgut nicht direkt dem Feuer ausgesetzt ist. Und wahrscheinlich ist dann auch das Gasgrillen hier von deutlichem Vorteil. Und ganz klarer Fall. Alkohol kann die Leberzellen schädigen beziehungsweise ist es nicht der Alkohol direkt, sondern ein Abbauprodukt, das sogenannte Acetaldehyd, was die Leberzellen schädigen kann. Dort gibt es dann einen oxidativen Stress in den Zellen. Die DNA kann mit zerstört werden. Die Zellwände können mit zerstört werden. Und das schiebt dann auch aufgrund der hohen Kalorienanzahl, die über Alkohol in die Leber kommt, dann diesen Umbau an. Es geht dann auch wieder Richtung Fettleber. Es geht dann auch wieder über direkte Schädigung. Und wir wissen, dass der chronische Alkoholkonsum dann eine chronische Entzündung der Leber macht. Das Immunsystem wird erst mal aktiviert. Dann wird es ein Stück weit ausgehebelt. Und dann haben wir eben eine chronische Leberentzündung. Und hier fährt der Körper dann im Prinzip ein Schutzmechanismus. Er möchte die Leber schützen. Und er baut sie dann bindegewebig um. Er versucht, diese Entzündung irgendwie in Schach zu halten. Und dann verliert die Leber nach und nach ihre Funktionen. Und dieser Zustand, den kennen Sie, ist die Leberzirrhose. Leberzirrhose, der Leberstoffwechsel ist ganz, ganz wichtig. Wir können keine Eiweiße mehr herstellen. Wir können keine Hormonvorstufen mehr herstellen. Wir können den Zuckerglucosestoffwechsel nicht mehr richtig gut bewerkstelligen. Und dann führt das eine zum anderen. Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Thema Grillen. Wurst und Fleischwaren können auch die Leber direkt schädigen. Je mehr Fleisch wir essen, umso wahrscheinlicher wird eine Fettleber. Und das ist eine relativ neue Information aus der Wissenschaft. Manche Forscher gehen sogar schon so weit und sagen, der Fleischkonsum ist gefährlicher als der Konsum von Fruchtzucker für die Leber. Und wie kommen Sie auf diesen Gedanken? Es gibt die sogenannte Rotterdam-Study. Dort werden also kontinuierlich um die 3.400 Menschen gemonitort. Und bei 35 Prozent der Menschen wurde hier eine Fettleber festgestellt. Und es zeigte sich, dass eben das die Personen sind, die einen sehr, sehr hohen Fleischkonsum, die einen sehr, sehr hohen Wurstkonsum haben. Und hier wird regelrecht umgedacht mittlerweile. Es besteht eben die neue These, dass Menschen mit einem hohen Fleischkonsum eben hier auch Störungen im Glucosestoffwechsel vollziehen, auch im Säurebasenhaushalt und somit auch im Leberstoffwechsel. Und es könnte sein, dass das eben hier auch die Fettleber anschiebt. Eine wichtige Sache noch, die Internationale Agentur für Krebsforschung, die hat verarbeitetes Fleisch, also Wurst, als krebserregend für den Menschen eingestuft. In die Gruppe 1. In der Gruppe 1 ist auch Nikotin. Also Sie sollten sowieso Ihren Fleischkonsum und vor allem den Wurstkonsum nach unten fahren. Und beim roten Fleisch ist es so, dass dies in der Gruppe 2 ist, also wahrscheinlich krebserregend. Also allein aus diesem Gedanken heraus, schauen Sie mal, ob Sie nicht wirklich pflanzliche Alternativen finden und nicht täglich Wurst und Fleisch konsumieren. Bella Italia lässt grüßen, Pasta, Reis, weißes Brot, also raffinierte Kohlenhydrate können zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels führen, was natürlich auch zur Leberverfettung führen kann. Und dann noch das Gläschen Rotwein dazu. Wir haben das Thema Alkohol gerade schon angesprochen. Aber mittlerweile kommt man immer mehr ab von der These, dass ein Glas Alkohol pro Tag gesund sei. Es ist hier die Nullalkohol-Devise mittlerweile. Also Alkohol gilt auch als krebsfördernd. Und wenn Sie dann natürlich noch zusätzlich Kohlenhydrate essen, dann ist das Ganze zu viel für die Leber. Warum? Die Leber hat natürlich als originäre Aufgabe, dass sie uns Energie speichert. Das ist ihre ursprüngliche Aufgabe. Wenn Sie also Zucker zu sich nehmen, dann soll die Leber das als Glykogen abspeichern. Das ist der Speicherzucker. Und wenn Sie dann Zucker benötigen, dann soll die Leber in der Lage sein, wieder dieses Glykogen freizugeben und wieder den Zucker umzuwandeln. Wenn Sie dieses System aber an die Wand spielen, also wenn Sie zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker aufnehmen, was die Leber dann eigentlich speichern kann, dann nutzt die Leber ihre zweite Speicherform und das ist eben das Fett. Und dort kann sie letztlich unendlich viel speichern. Die Fettzellen, die können sich aufplustern und ein Vielfaches ihres Volumens betragen. Und das ist das riesengroße Problem. Und die Fettleber wird auch schon durch geringes Übergewicht ausgelöst. 3 Millionen Leberzellen können mehr als 500 biochemische Prozesse durchführen. Sie entgiften die ganze Zeit, sie verwerten Fette, sie speichern Eiweiße. Und das Problem ist, dass eben wenn Sie eine Übergewichtssituation haben, dass das der Leber genauso schaden kann, wie letzten Endes zu viel Zucker, zu viel Alkohol oder zu viel Kohlenhydrate. Und dann ist die Leber in so einer Art Entzündungstendenz oder in so einer Stoffwechseltendenz, dass sie dann zur Fettleber wird. Es gibt aber auch schlanke Menschen, die eine Fettleber haben. Und hier ist das große Problem, dass bei solchen Leuten die Fettleber oft zu spät oder erst gar nicht diagnostiziert wird. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den fetten Maisöl, Sojaöl, Palmöl, Transfettsäuren. Das sind also billige und ökologisch umstrittene Speisefette, die in fast allen Fertigprodukten zu finden sind. In Süßigkeiten, in Fertiggebäck und so weiter, wenn sie Berliner aus dem Regal kaufen. Und das Problem ist, dass sie zu 80% aus gesättigten Fettsäuren bestehen und daher eher schädlich für die Leber sind. Kekse, Riegel, Margarine, Instant-Nudeln, Snacks, Eiscreme, Frühstücks, Cerealien, verarbeitete Lebensmittel. All diese Lebensmittel enthalten diese schlechten Fettsäuren für uns. Transfette sind Fette, die eben sehr, sehr lange haltbar sind, mit denen man in der Industrie gut arbeiten kann. Und man hat leider zu spät erkannt, dass sie für uns Menschen sehr, sehr schädlich sind. Warum sind sie das? Diese Fettsäuren sind sehr geradlinig aufgebaut. Unsere Zellwände lieben aber verzweigte Kettsäuren, so wie sie in Leinöl oder Olivenöl vorhanden sind. Und es ist das große Problem, dass diese industriellen Fettsäuren eben genau das Gegenteil sind. Ein unbewusster hoher Konsum von solchen Fettsäuren kann dann zur Ansammlung von Fett in der Leber beitragen. Und wir haben wieder den Zustand der Fettleber. Das wollen wir natürlich nicht machen. Wir wollen es viel besser machen. Wir wollen frisch kochen. Wir wollen gutes Olivenöl nehmen, ein gutes Leinöl. Und das ist eben der Grund, warum diese verarbeiteten, fertigen Lebensmittel so schädlich für uns sind. Sprechen wir noch ein bisschen über Fast Food. Und dort gibt es eine interessante Untersuchung. Da kam raus, wenn Sie 20 Prozent, also ein Fünftel Ihrer täglichen Nahrung, über Fast Food zu sich nehmen, dann entsteht ein direkter Zusammenhang mit der Fettleber. Insbesondere bei Menschen mit Typ 2 Diabetes oder schon mit leichten oder moderatem Übergewicht. Und was ist das Gefährliche am Fast Food? Hier entstehen dann sogenannte AGEs, abgekürzt Advanced Glycation End Products. Und das sind im Prinzip Reaktionen zwischen Zuckern und Eiweißen, auch zwischen Fetten und zwischen kleinen Eiweißbausteinchen. die dann als sogenannte Glycation bezeichnet werden. Und diese AGEs, die können im Körper ganz natürlich entstehen. Aber der Prozess wird extrem angeschoben, wenn wir viel Zucker zu uns nehmen, viel Kohlenhydrate zu uns nehmen, wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht ist, so wie bei Diabetes beispielsweise. Und das Problem ist, dass viele Lebensmittel dann aufgrund der Röstprozesse, aufgrund der Garmethoden, aufgrund der hohen Temperaturen in der Industrie dann diese AGEs bilden. Ein riesengroßes Problem. Und diese AGEs, die können dann Entzündungsreaktionen auslösen, die können dann direkte Gefäßschäden auslösen. Das kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und die Leber, die meldet sich dann auch wieder. Warum? Wir sind wieder bei der Gewebsversteifung. Die Eiweiße, die Struktureiweiße des Körpers, wie das Kollagen beispielsweise, die können dann versteifen und eben einen schnelleren Alterungsprozess von den Geweben und von den Organen einleiten. Und hier schreit die Leber natürlich wieder, hallo, nehme ich zuerst. Wie viele Menschen konsumieren täglich wirklich schädliche Süßigkeiten? Ich habe das damals in den 80er Jahren schon gelernt, dass man keine Schachtel Gummitiere essen sollte pro Tag oder eine Tafel normale Schokolade. Hören Sie sich mal diese Studie an. Gemüse, Beeren, Eier, Geflügel, Fleisch aus Weidehaltung, Nüsse, Vollkorn, Getreide kommen in Frage, wenn sie eine mediterrane Ernährung machen. Und hier gab es eine 18-monatige Untersuchung. Knapp 300 Personen haben teilgenommen und die hat man in drei Gruppen eingeteilt. Einmal die Standards einer gesunden Ernährung. Die zweite Gruppe hat die mediterrane Ernährung gemacht und die dritte Gruppe hat die sogenannte grüne mediterrane Ernährung gemacht. Denn, wie ich schon erwähnt habe in diesem Video, verarbeitetes Fleisch beziehungsweise auch rotes Fleisch und so weiter, die stehen im Verdacht, dass sie eine Fettleber auslösen können. Und bei dieser grünen mediterranen Ernährung hat man den Fleischgehalt einfach extrem gesenkt und hat den pflanzlichen Proteinanteil erhöht. Plus, diese Menschen haben noch einen grünen Shake zum Abendessen bekommen, der reich an Antioxidantien war und an Polyphenolen. Und das war im Prinzip das Studiendesign. Alle drei Gruppen nahmen ab, wobei die Gruppe der mediterranen Diät mehr Gewicht verlor als die normale Gruppe. Und die beiden Gruppen zwischen der mediterranen Diät und der mediterranen grünen Ernährung, die hatten dann einen ganz erstaunlichen Effekt noch. Nämlich die mit der grünen mediterranen Ernährung, die nahmen das Doppelte an Leberfett ab als die mit der mediterranen Ernährung. Also das könnte die Richtung sein, in die es in Zukunft geht. Die grüne mediterrane Ernährung wird wahrscheinlich die traditionelle mediterrane Ernährung ablösen. Und Sie können hier unten mal in die mediterrane Ernährung reinschnuppern. Ich habe Ihnen eine Woche kostenlos Rezepte für die mediterrane Ernährung zur Verfügung gestellt. Den Link finden Sie unter dem Video. Und wer liebt sie nicht? Frittierte Lebensmittel, Chicken Nuggets mit Pommes, das Standardgericht der Kinder. Das Problem ist allerdings, dort kann Acrylamid entstehen. Und Acrylamid ist eine Chemikalie, die in der Gruppe 2b, also möglicherweise krebserregend für den Menschen, eingestuft ist. Also immer wenn wir braten, wenn wir frittieren, wenn wir backen, dann kann in Verbindung mit Kohlenhydraten dieses Acrylamid entstehen. Und in Tierstudien ist dieses Acrylamid als krebserregend aufgeschlagen. Deswegen besteht hier eine besondere Besorgnis, ob das für die Menschen auch so ist. Und zahlreiche Fachgesellschaften und Verbraucherzentralen warnen davor. Acrylamid eben ein Stoff, der über 180 Grad entsteht, beim Backen, beim Frittieren, beim Rüsten, beim Grillen, beim Braten. Und die kohlenhydratenreiche Lebensmittel, vor allem Kartoffeln, vor allem Getreideprodukte, sind hier sehr, sehr stark betroffen. Das heißt, immer wenn Ihr Lebensmittel stark angebräunt wird, wenn Sie Farbe, Duft und Geschmack, so wie es halt am besten schmeckt, verändert, dann haben wir das Nebenprodukt Acrylamid. Und das große Problem, wie schon erwähnt, über 180 Grad findet das Ganze dann statt. Die EU möchte den Gehalt an Acrylamid in Lebensmitteln regulieren. Das Bundesamt für Risikobewertung hat Acrylamid als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Und die große Frage ist, auf was müssen Sie achten? Wie können Sie das Ganze kontrollieren? Schauen Sie, wenn Sie ein leichtes Röstaroma haben, also die Wurst oder Ihre Lebensmittel nicht schwarz durchbräunen, nicht dunkelbraun, sondern hellbraun. Dort sollten Sie den Gar- oder Bratprozess dann beenden. Grundsätzlich für das Frittieren von Schmalzgepäck sagt man, die Obergrenze von 175 Grad, also nicht auf 180 Grad erhitzen, denn dort explodiert die Acrylamid-Produktion. Oder wenn Sie mit Umluft arbeiten, dann ist das auf 170 Grad als maximale Obergrenze empfehlenswert. Zudem verringern natürlich andere Garmethoden, wie es Blanchieren, wie es Kochen, wie es Dämpfen, die Aufnahme von Acrylamid, also vorsichtig mit dem Schafen rösten und braten. Und dann müssen wir noch über einen Punkt sprechen und das betrifft vor allem Menschen, die es schon richtig machen und sich besonders gesund ernähren wollen. Es geht um Pilze, um schädliche Pilze, wie den Aspergillus, um einen Schimmelpilz, der Lebensmittel befallen kann. Und dieser Schimmelpilz, der produziert ein Aflatoxin und das große Problem ist, dass er auch in Lebensmitteln vorkommt, die in ihrem Garten wachsen, wie beispielsweise Walnüsse. Dieser Pilz, der produziert das Aflatoxin, das zu den potentesten natürlichen Lebergiften zählt. Und wenn Ihnen eine Walnuss-Suspekt vorkommt, bitte schmeißen Sie sie weg, wenn sie schon so kleine Härchen hat. Schauen Sie auf Getreide. Natürlich Menschen, die im Bioladen kaufen, die kaufen Produkte, die nicht behandelt sind, auch nicht mit Pilzmitteln. Und dort ist das Problem, dass Sie wirklich auf die Lieferkette schauen müssen, dass das ja nicht verschimmelt ist und dass Sie auch das Ganze sachgemäß zu Hause lagern. Denn der meiste Schimmelbefall wird dann wahrscheinlich zu Hause stattfinden. Auch Erdnüsse können betroffen sein, auch Sonnenblumenkerne, Walnüsse haben wir schon genannt und auch Mandeln. Auch Gewürze sind immer wieder davon betroffen und vor allem auch Datteln, Feigen und andere Trockenfrüchte. Die müssen Sie wirklich, wirklich trocken und sachgemäß lagern. Bitte, bitte teilen Sie dieses Video. Viele Menschen wissen noch nicht, dass das ein großes Problem ist mit der Fettleber und generell mit diesen ganzen Lebensmitteln, die ich Ihnen erwähnt habe. Wie gesagt, unter diesem Video finden Sie einen Link, wie Sie es besser machen können. Und ich bedanke mich bei meinen Kanalmitgliedern, die das Ganze hier ermöglichen, die mir die Freiheit schenken, dass ich diese Videos für Sie produzieren kann. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Danke fürs Zuschauen und bis bald.